Alter, habt ihr das gesehen? Mich hat es fast auf die Fresse gelegt, Mann. Macht niemals, wenn du in der Kurve fahrt, ein Wheelie. Never ever do that. Ich würde natürlich am liebsten geradeaus fahren für ein Wheelie, aber ich muss links. Das ist da, wo der Daumen rechts ist, übrigens. Das verstehen auch viele Leute nicht. Sollen wir dir meine Nummer geben, Digga? Nein, ich krieg's nicht raus. Auf einmal verlieg ich so ein 20er. Alles klar, ich krieg meine scheiß Nummer nicht raus. Nein, 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 scheiße, ich wollte meine Nummer geben. Ah, scheiße. Das geht sich ja nicht mehr aus, oder? Nein, schade. Okay, dann nicht. Obwohl, bei der nächsten Ampel wird's gehen. Fuck that shit. Ich will ihre Nummer. Scheiß auf den Wheelie, Mann. Nummer ist wichtiger. Hallo? Krieg ich deine Nummer? Bitte? Oh, ich hoffe, da vorne ist rot. Bitte, bitte lass rot sein, Mann. Ich fahr dir jetzt so lange nach, bis ich ihr meine Nummer geben kann. So, warte mal. Oh, please. Jawohl. Oh nein. Polizei. Scheiß Dreck. Ja, hier braucht die Nummer. Jetzt kommt... Nein. Das ist nicht mein Tag heute, Alter. Das kann doch nicht sein. Es ist die Polizei da, ey. Ach, scheiß, Mann. Kann ich dir nicht meine Nummer geben? Ich fahr 100 dB-Killer, Alter. Ach, scheiß Dreck. Warte. Wo hat... Ah. Nein, das wird grün. Das wird grün. Warte mal, das ist eine gute Idee, eigentlich. Ja? Live bei dir, du dreckiger Hurenzau. Ach, fuck. Nein, ich will... Schneedeln. Schneedeln, da. Ey, wie geil, wie geil war der. Bitte, wer droht, bitte. Tu mir das nicht an, wenn die abhaut. Ey, wenn die auf die Autobahn fährt, bitte. Nein, nein, genau jetzt. Mann, Mädel, komm. Obwohl, da vorne müsste, glaube ich, rot werden. Ich hoffe, das ist für real. Jawohl, ich kann dir meine Nummer geben. Bestes Video ever. Wenn das nicht 10 Likes kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ach, geil. Oh, wie süß. Geil. Geil. Na gut, Leute, ich glaube, das war's mit dem Video. Ich hab dir meine Nummer ernsthaft gegeben. Ey, scheiße, Mann. Scheiße, Digga. Wenn die sich... Wäre geil, wenn die sich meldet. Aber was wäre das mit Psychopathin ist, ey. Oh, Mann. Leute, macht sowas nicht nach. Ey, wer das keinen Daumen nach oben verdient hat, die Jungs, dann weiß ich auch nicht. Also, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Die macht ein Foto hinter mir, glaube ich. Oh, Mann. Geil. 120 und 70, Digga. Läuft bei mir. Gut, dann muss ich sagen, haut rein, Alter. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß.